Mein Name ist Tony Wachikou. Ich bin ein Musikproducer, DJ, in London. Vor ungefähr zehn Jahren habe ich dieses Event mit CDR angefangen. Und die Idee hinter CDR war, eine Plattform für Musikproducer zu machen, was die Musik arbeiten. Hallo, ich bin Frank von einer Hälfte von Armen. Wir haben mich eingeladen, hier auf der CDR-Night einen kleinen Ableton-Workshop zu geben. Generell unsere Arbeitsweise, wie man ein Track aufbaut, wie man Instrumente benutzt, wie wichtig, oder besser gesagt, wie unwichtig es ist, was für Mittel man benutzt. Es geht eher darum, wie man sie benutzt. Wie man weiß, dass Musik, besonders in einem Bett, selbst wenn wir mit dem Netz verbunden sind, ist es ziemlich isolierend. Denn man macht nur Musik mit sich und seinen Eltern. Wir sind interessiert in Menschen, die Musik machen. Ich bin nicht wirklich ein Fan dieser Idee, dass es ein Professioneller und ein Amateur ist. Ich denke, besonders mit den Tools, die wir haben. Es geht um die Ideen. Man bringt einen Track, die man entwickelt hat, und man hat es mit sovielführenden Menschen. Es sind schon wahnsinnig viele Tunes eingereicht worden, die auch richtig gut sind. Ich bin gespannt, wie es klingt, ehrlich gesagt. Was man so alleine in der Kammer zusammengebaut hat. Es hat gut gearbeitet. Ich habe es früher gespielt, aber es fühlte gut. Es fühlte sich gut. Es fühlte sich, dass die Leute sich bewegt. Also das ist wichtig für unsere Musik, natürlich. Ich habe viele Leute gesehen, die haben die Titel aufgeschrieben oder haben probiert, den Musiker danach verfolgen zu können. Hier geht es wirklich um Musik. Es ist wirklich gut. Es ist nicht etwas zu Ende. Es ist nicht etwas zu Ende. Es ist so, man kann sich neue Dinge vorstellen. Und man kann mit den Leuten sprechen. Wenn du DJ in einem Club bist, du bist auf der anderen Seite der Mixer. Jetzt kann ich mich tatsächlich machen. Und dann kann ich mich wieder zurückbringen. Es ist ein sehr relaxer Gefühl. Und es fühlt sich nicht wie ein Netzwerk oder so. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist gut. You have the name of the guy. You have the soundtrack. So maybe you can go and have human contact instead of sending emails. So it might be that we hear a track tonight that perhaps we'll never hear again. Or we might hear a track that becomes the next hit. Who knows. But at CDR it's about developing the idea and people having confidence that actually there's something quite positive and quite interesting about sharing the idea. I'm sorry. Untertitelung des ZDF, 2020